Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Goldsheim. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 2100 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Mehr Informationen auf der Zischenmiete noch auf dem starten. Vielen Dank.